Hat das so den schönsten Moment Ihrer Karriere oder so den einen großen Moment? Der schönste Moment, wenn man sieht, was die Kinder zur Welt kamen. Warum ist das so berührend für Sie gewesen? Ja, entschuldigen Sie mal, fragen Sie mal den Vater oder Mutter, was das Schönste im Leben ist. Das ist das Größte, das alles andere ist vergänglich, das nicht. Wie schafft man es, Familie zusammenzuhalten? Das ist keine Kunst, ich bin normaler Mensch wie jeder andere. Also mein Schwager, der ist viel mehr unterwegs als ich, also insofern, der schafft es ja auch. Also, wo ist da der Unterschied? Und trotzdem noch einmal zurück zur Musik. Sie berühren ja wahnsinnig viele Menschen schon seit vielen, vielen Jahren. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis? Warum ist das so? Es gibt kein Geheimnis. Ich versuche, mit der Zeit zu gehen, ohne mich dabei zu verleugnen. Oder unendlich zu verbiegen. Das kann es vielleicht sein. Können Sie sich vorstellen, irgendwann in Rente zu gehen? Also in Rente lassen Sie mich nur von ihm nach oben schicken. Wenn er dann meint, ich muss gehen, dann gehe ich. Dankeschön. Alles Gute für Sie. Wiedersehen. Danke.